Man sieht nix! Ja! Ey Marvin, das ist ja unnötig, Alter! Das war nicht mehr so geplant! Ich rette dich! Digga, jetzt bin ich wieder klar! Du musst die ganze Treppenstube wieder hochfahren, ey! Du bist so ein Bastard, Alter! Ey Junge, ganz ehrlich! Marvin ist der Arzt! Bruder! Hakuna, mein Tata, meine Freunde! Es ist wieder Zeit! Wir fahren mit dem Arsch, die Bandito! Das Auto, womit ich überhaupt gar nicht fahren kann! Schönes Model-Rennen zusammen mit Deko und Kev! Hallihallo, Muchachos! Peace! Und die Industrie gekraut! Heute wird gefeiert! Arsch, die Bandito! Wir zockeln mit dem kleinen Spielzeugauto! Auf einmal der Model-Map! Es schneit! Weil wir haben Winter! Perfekto-Mento, Alter! Oh, Hallöchen, Jungs! Hallöchen, Kev! Na, Alter, Marvin ist ausgestiegen! Ich bin unsichtbar! Ich bin leider unsichtbar! Loll, ich bin auch unsichtbar! Loll! Bamm! Loll, ich bin unsichtbar! Wer schlägt, Kev? Wer schlägt hier, Kev? Wenn Marvin nicht seht, dich, aber mich nicht! Ihr seid nicht unsichtbar! Ihr seid nicht unsichtbar! Wo kam das denn her? Das war geil! Okay, erstmal sag ich, chill mit Ö! Putz! Wow! Loll! 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 Auch nachher, wie Marvin nach vorne geboostet wird! Ei, ei, ei! Das ist der Next Level hier! Alter! Alter, was ist hier los, Leute?! Ding, Hauptsache, Marvin wurde gerade eiskalt irgendwie acht Kilometer nach vorne geboostet durch das C-4. Ey, ich glaube, man hätte nur drei Haftbomben! Weg mit euch! Ich war auf 3 Parsec, Leute! Alter! 3 Parsec! Marvin, Zündung! Wuhuuu! Bin ich richtig? Weg mit dir! Weg mit dir! Alter, ist das neu, dass wenn man ins Auto rein verschwindet? Dann bist du wahrscheinlich die Ego-Perspektive, ne? Ey! Nein, bin ich gar nicht! Ich glaube, das wird ne teure Folge heute, Muchachos! Ne, sobald ich ranzoome... Oh mein Gott, das wird ne richtig trollige Folge, aber ich bin weg! Mich kriegt keiner! Das war ein Boost! Nein, kein Boost mehr! Ne, vorbei! Ich wollte dir einmal... Mach mal Marvin... 3 C4 hat man aus, ne? Mach mal 2 auf einmal! Okay, warte... Jetzt kommt hier Muchachos... Sendung, wo man so Gerüchte testet... Misspasst das! Marvin ist da hinten gelandet! Das war auf jeden Fall zu viel C4! Diko, halt, 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 halt! Stell dich hier hin! Wurde ihr beide, genau! Genau! Eure Starterposition, so! Warte! Fahren sie da hin, bitte! 3... 2... 1... Buh! LOL! Okay, ich wurde direkt von der Mauer abgefangen! Geil, Alter, geil! Und Kev is down! Leute, ohne Witz, drop einfach den geilen Like heute mal hoch, Alter! Und Hashtag... Babymärme! Freilass von Böden! Alter, das wird eine extrem teure Folgen! Jeder von uns alle seine Bomben weghaut! Ich glaube, ich habe schon keine mehr, oder? Du hast eh doppelt so viele wegen deinem Hangar! Ich habe noch 14! Ich habe noch 18! Und... Neun! Ciao! Aus dem Weg! Nein! Nein, Deko nicht! Deko, tun sie das nicht! Ja! Hallo! Kommen sie bitte! Jetzt auf... Nein! Ich bin tot! Nein! Das ist so geil, Mann! Es steht 3 zu 0 von Mavossa, will ich nur sagen! Okay, ich nehme alles zurück! Hier, hier gibt es noch was! Hier! Das hier! Boom! Wir fahren zu weit! Wir fahren zu weit! Nach oben! Nicht für Mavossa! Ey! Uh! Digga, aber auf jeden Fall für Dekos! Hallo! Hier muss man gar nicht hin, oder? Ich glaube schon! Ich glaube schon! Das ist richtig, wo ist Deko! LOL! Nein! Ich habe mich selber mit der Explosion auch untergeboxt! Wie sagt ihr? Wie sagt ihr? Wie sagt ihr? Warum?! Aus dem Nichts! Ich wusste gar nicht, dass man durch den Boden auch durchtöten kann! Das wusste ich auch nicht! Hallo! Bitte ruhig dich, Marvin! Ich will hier nicht Opfer eines Zwists für euch werden! Das war für die Wissenschaft! Einmal noch mit Deko, los! Nein! Los! Alle gemeinsam! Ja, komm her! Deine Mama, Junge! Los, brüderlich! Und jetzt nicht mehr trollen, los! Alle gemeinsam brüderlich nicht mehr trollen! Okay! Brüderlich! Und Einigkeit! Brüderlich! Wir sind alle so cool! Wir haben Spaß und mögen uns! Ich vertraue nicht! Ich vertraue nicht! Ich vertraue nicht! Vertraue nicht! Hey, ganz ehrlich! Brüderlich! Vertrauen! Okay, los wieder! Wirklich vertrauen, Leute! Vertrauen! Vertrauen! Wer war das?! Ey! Vertrauen! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Ich hab den Bus! Ja! Ciao! Vertrauen! Ist gut! Spick! Dankeschön! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh! 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 Wie geil! Oh! Ist das schön hier! Hallo, Baby! Kev, bitte nicht trollen! Dankeschön! Hören Sie auf damit! Alter! Hören Sie auf! Wenn jeder troll losgeht, beenden wir die Map niemals! Ja, los! Aufhören! Aufhören! Deku, du auch! Ich hab seitdem wir brüderlichen Pä... Ich hab dann Hammer hab ich aufgehört! Okay! Nichts machen, Leute! Ey, ganz... Wir sind Bruder... Bruderlech! Bruderlech! Ich bin Bruder Attack! Hallo! Kev, du auch nicht! Wieso? Weil ich jetzt kann? Bleiben Sie friedlich, meine Bruders! Weil ich jetzt kann, meinst du? Hey! Chill! Chill! Chill deine Base! Passen Sie! Passen Sie auf! Paren Sie langsam! Oh, ich kann nicht mehr hier auch, oder? Oh, warte! Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Blue! Nein! Deku, bitte nicht! Marvin hat Angst! Digga, ich tu extra nichts! Bin so ein Ehrenmann, Alter! Sehr ehrenvoll, ja! Oh! Was? Ja! Das Ding ist, ich muss gar nichts machen! Warum? Das übernimmt das Schicksal! Ein Haft von Schicksal! Huh! No! Nein! Schicksal! Warum? Oh mein Gott, der hat so geil zugeschlagen! Ich möchte nur noch hinweisen, ich habe wirklich nichts gemacht! Okay, Ehre geht raus von Kev! Du hast mich abgelehnt! Ich habe nur die Haftbomben hingelegt, um euch zu ärgern, aber mir hätten sie niemals gezündet! Okay, das ist äußerst lieb! Du hast uns abgelehnt! Ja, ich sehe deinen Körper, wieso? Wo stehe ich gerade? Ich will hier unsichtbar langlaufen, warte! Ich sehe nämlich meinen Körper nicht! Warte, du fährst jetzt runter! Nein! Okay! Das war also so clever, war das! Okay, jetzt hier hoch! Hallo! Was gibt es hier für eine Technik? Auf was muss ich achten? Einfach nur langsam hochfahren! Ich bin nicht hochfahren! Oh! Ja! Ja! Hallo! Ihr habt den Weg für sich frei gemacht! Marvin, was gibt es für eine Technik? Kann ich mich wegballern? Einfach hochfahren! Warte! Kann ich es nicht abschießen? Kev, warte mal! Ich bin weg! Kann ich deine Figur abschießen? Äh! Wunschabschuss! Drückt der Mühe die Daumen! Nee! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Dankeschön! Next Level kommt jetzt hier! Next Level! Oh! Okay, war leider verkackt! Das war richtig Käse! Oh! Aus dem Blick! Oh! Oh! Na Marvin, auch verkackt? Nein! Oh! Oh! Und ziehen sie sich! Oh! Dankeschön! Tego hat es geschafft, weil ich ihn rüber gedrückt habe! Ja! Ich hätte auch selber rüber springen können! Ja! Hättest du aber nicht gemacht! Hättest du nicht gemacht! Ich kenne dich, Mister! Hey! Ich glaube, ich habe aus dem Marvin runtergestoßen! Ja! Sehr gut! Nee! Das warst du nicht! Ja! Okay! Gut! Glaube schon! Aber okay! Dego kommt jetzt mit Bomben! Nachdem ich ihn gerade verschont habe! Eine kleine Ratte ist das! Was? Wer ist eine Ratte? Übelst! Dego, ich habe dir nichts getan! Wirklich! Hä? Was denn? Ein schlechtes Gewissen hat noch niemals geschaden! Ich habe auch nichts getan, Alter! Ich bin weg! Ciao! Wo ist der nächste Punkt? Hallo! Hilf mir hoch! Nein! Hilf mir hoch! Ja! Hallo! Ja! Junge! Ich kenne mich! Was passiert hier? Ich bewege mich gar nicht! Das ist nur die Haftbombe! Ich bin immer weg! Ciao! Ich habe nichts getan, ey! Hey! Los! Ciao! Ciao, Arwin! Wie war das richtig? Ganz ehrlich! Dego ist zum Abschluss freigegeben! Nein! Ist er nicht! Einmal! Ey! Der hat sogar fünfmal abgeknallt! Ich habe nichts gemacht! Hallo! Du hast irgendwie Marvin Luft gesprengt! Dann kannst du Bruder Takt angreifen! Oder? Wenn dann bist du zum Abschluss freigegeben! Wie kannst du Bruder Takt freig... Bist du Robin Wood oder was? Ich bin... Robin... Ja? Kurz! Wow! Okay! Guck mal, jetzt könnte ich dich abschießen, Dego! Ich könnte! Aber soll ich dir sagen, was Bruder Takt für einer ist? Bruder! Das ist doch in dem Zeichentrick ist das doch dieser gemütliche! Das ist der... Mit Gemütlichkeit! Der dicke Deutsch! Das machen musst du erst! Hallo! Der Priester! Ich bin der Priester! Dego, wo bist du? Am Punkt! Digga, wie weit seid ihr denn schon? Hier, Try Harden! Todes nach vorne! Oh! Hier ist die Frage! Links! Hey! Alter! Wo denn? Boah! 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 Ihr macht es genauso skillig wie ich. Junge, wenn ich neben dir stehe, kann ich das machen. Ach, hier sind zwei Wege? Lol, ich dachte einer ist falsch. War er zum Glück nicht. Nein, super zum Glück nicht. Also, wo ist Mabossa? Lol, ich wurde da weggesprengt. Von wem? Ich glaube, ich war sogar richtig da. Du wurdest von Kev weggesprengt, weil ich habe keine Affbomben mehr. Die eine, die ich vor den letzten Punkt geballert habe für dich, das war mein letztes. Pass auf, ich habe eine Granate in der Hand, ich habe eine Granate in der Hand. Geh weg. Du verzweifig, Alter. Das ist mir richtig geflogen. Da kann man nichts machen. Ich habe eine Granate in der Hand. Das will ich auch. Wie kocht man die? Ja, einfach halten. Einfach nicht wegschmeißen. Rechtsklick und halten. Ah, ich will nochmal ran. Ja, werf sie doch, du Fäcker! Hat er sie geworfen? Ja, ist aber auch gelegt. Granate werfen ist ausgelegt. Junge. Mein Cholo, Alter. Hä? Achtung, Granate. Nein! Was ist das geil? Ich habe sie gekommen. Oh, Punkt. Man sieht sie in dem kleinen Auto einfach nicht. Man sieht sie leider wirklich nicht. Was? Nein! Nein! Wir fahren rein, Leute! Wo sind wir? Was fahren wir? Hallo? Wir fahren rein! Oh, hallo! Nein, Granaten! Hilfe! Hilfe! Die Granate ist da! Oh mein Gott, wir sind auf dem geheimen Militärgelände! Oh! Ja! Das ist geil, die Granaten-Challenge. Granatenschumos, Alter! Ich koche wieder! Ich koche wieder! Pass auf! Kommt ihr mir nicht zu nah! Kommt ihr mir nicht zu nah! Noch eine und ich bin down! Dann würde ich nicht zu nah kommen. Ich bin weg, ciao! Nein! Oh mein Gott, ich bin fast down! So viel zu der Brüderlichkeit hier, Alter! Nein! Wir sind weg, Junge! Nein! Und Marvin hat unsere Brüderlichkeit beendet! Ja! Was hab ich gar nicht! Doch! Ja, ist echt so! Indem du Granaten ins Spiel gewonnen hast! Wie Brüder! Jetzt ist wieder alles im Arsch hier! Weißt du, wir waren die Brokeback Mountain wieder! Ich koche, ich koche, ich koche, ich koche! Ich koche, Alter! So sieht das auch aus, wenn Marco in der Küche kocht! Das ist eine Granate, da will ich nicht hin! Noll! Beste Granate war das! Das soll Deko seine! Ich hab keine benutzt! Du fritzst! Das ist ein Kopf, Alter! Ey, werf mich! I'm not using Grenades! Das ist Muschikram, Alter! Ey, das ist killig! Wir gehen unten in der Nähe, ich werf sie weg! Ey! NICHT! 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 Wow! Ich rauche, Mann! Wohin? Wohin, Leute? Wohin? Wir müssen da rüber! Hä, wir sind hier falsch! Achso, hier runter, ja! Hier, und... Können wir hier einfach drauf? Irgendwo? Ja, hier! Einfach rüber! Ey! Wo ist eure Eier? Ich seh nichts! Wohin! Eure Eier! Ah! Einfach rüber, los! Schneller! Ich bin einfach viel zu kaputt schon! Soll ich euch rüberspringen kommen? Digga, auf keinen Fall riskieren, dass... Nein, nicht springen! Nicht springen! Warte, ich kick Deko! Weil ich ehrenhaft bin! Ey! Wieso kickst du mich? Los, kick mich! Lass mich zufrieden, Junge! Ja! Hallo! So geht das! Ciao, Pol! Ich glaube, wie ihr es geschafft habt! Ich hab nicht mal Gradaten dabei, Alter! Alter! Papa fährt weiter! Meine Gradaten liegen bei 10! Das ist ja echt schwer! Ihr könnt mich für nichts... Entschuldig machen! Ich rette euch jetzt! Nein, nicht wahr bei Marvin! Ich hab nur 1 HP! Hör auf! Ja, ich rette euch jetzt! Die rauche schon schwarz! Ja, ich rette euch jetzt! Ich bin auch rüber! Oh, endlich! Man sieht nichts! Ja! Ey, Marvin, das ist ja unnötig, Alter! Das war nicht mehr so geplant! Alter! Ich rette dich! Digga, jetzt musst du die ganze Treppenstube wieder hochfahren, ey! Du bist so ein Bastard, Alter! Ey, Junge! Ganz ehrlich! Marvin ist der Anti-Bruder! Der Anti-Bruder! Hallo! Ich hab Dicke runtergekickt! Ich musste auch Cap wieder runterkicken! Ey, Junge! Das war wirklich... Junge, Marvin! Das war einer zu viel! Und dann labert er uns voll mit Brüderlichkeit! Hier, ich rette dich! So ein Fotzenkopf, ey! Alter! Marvin ist vogelfrei! Hashtag Marvin Vogelfrei! Ich bin selber rübergefahren, du Schwanzkopf! Also, schon mal geholfen! Jetzt nur noch Cap helfen! Ey! Fahr nach... Geh nach vorne! Ey! Ich rette dich doch gerade, du Lappen! Deine Hilfe brauche ich nicht! Ey! Hör auf! Ich drehe auf der Seite! Ich kann nichts machen! Ver- 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 Okay! Ja! Endlich, Alter! Endlich! Das hat sie hier ver- Oh, das ist eine geile Troll-Folge! Ich warte hier, weil ich ehrenhaft bin! Anti-Bruder-Ma-Bosser! Ich hab euch gerade gerettet! D-Control hat wieder nach vorne, man kennt ihn! Wir haben keinen gerettet! Ich würde euch die so bekannte nehmen! Ey! Ah! Die Kamera! D-Control hat wirklich nach vorne! Wirklich? Ja! Wieso? Hä? Warum denn? Wir müssen erstmal Kev retten! Ja? Brüderlich! Weil ich der ehren Bruder bin! Achso! Ich dachte, ihr habt das drüben, dass du gesagt hast, was ihr hier zu tun! Nein! Marvin hat die ganze Zeit genervt! Er hat mich einfach nur erschossen! Ich wollte ihm helfen, er hat mich einfach erschossen! Ich bin durch die Gegend geballert! Ich kann mich auch selber mit der Waffe wegquallern! Hallo! Hört auf! Ich schaff das jetzt! Hör auf! Ey! 3-1 schon! Na, hoffentlich zu beschweren! Bei mir steht 7-2, Alter! Für dich! Ready? Ja, hau mich rüber! Nice! Los! Rüber! Ja! Jetzt, ey! Juhuuu! Digga, chill! Ich seh dich nicht mal! Weg mit dir! Alter! Alter, lass noch mal mich vornehmen! Schnell weg! Uuuuh! Käff noch wegballern! Schnell, käff noch wegballern! Ey, hör auf, hör auf, Alter! Hör auf! Nooo! Du hast dich getötet! Schon wieder! Ja, endlich! Ab geht's! Los! Alter! Ab geht's! Nein! Warum spring ich immer ganz rüber? Nein! Wohin? Wuhuuu! Die Kante, sie geht! Äh, spring! Oh, Angst! Das ist mir zu schnell! Uuuuh! Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich gehe? Ich weiß nicht! Ich war einfach gegen. Wir hoffen bis einfach. Bis jetzt! Ist das der rechte? Ist das der richtige Weg? Oder machen wir einfach nur ein Promi-Siegen-Move! Mit einem fetten Jump! Ohohoho! 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 Das war intens! Alter! Richtig intensiv! Ohoho! Ja, das ist richtig so, Mabossa! Jetzt! Hey! Das ist noch nicht mal ansatzweise vergleichbar, aber du wirst trotzdem kriegen. Hallo, Baby! Hallo, Bisse! Ich bin hinter dir! Troll den Mabossa weg, aber nicht mich! Ey! Du wirst die Map hier nicht kriegen! Ich hoffe, er hat den Punkt wirklich nicht bekommen! Marvin ist auf dem falschen Dach! Nein! Ja! Ja, ganz ehrlich! Richtig schlecht, die Jungs! Das tut gut und wir sind jetzt wieder quitt, Marvin! Wir sind jetzt wieder quitt, okay? Digga, im Leben sind wir nicht quitt! Oh, endlich! Endlich! Und jetzt hat er genau so gelitten wie wir! Tryhard! Einfach direkt Tryhard hier! Nein! Das hat er nicht verdient! Loll! Alle knallen dagegen! Jeder? Ne, nur Deko nicht! Nur Deko nicht! Deko ist ne schlaue Möwe! Alter! Ich hänge hier irgendwie! Loll, es klingelt klar! Es klingelt klar! Es klingelt klar! Schnell Ziel! Schnell Ziel! Fahr los! Ja! Tryhard! Kev ist nicht da! Nicht auf Kämpfer an! Nicht auf Kämpfer an! No! Hu! Wollen wir hier noch irgendwas hinterlegen? Hinterlege ihn nochmal! Ich darf ihn nicht zu hard tryharden, sonst bin ich gleich weg vom Fenster! No! Eine Granate habe ich noch! Du musst du Annäherungsmittel legen! So! Ciao Kev! War schön mit dir! Wir müssen beide sagen, dass ein Windstoß kam! Ein Windstoß kam, er ist runter gefallen! Und die Histories müssen gleich sein, Deko! Aber mit dem was da passiert, habe ich gar nichts zu tun! Ne, aber du musstest es nur bestätigen! Okay, ein Windstoß kam, ne? Ja! Ein Windstoß kam! So! Ich bin wieder da! Was? Ich bewege mich? Ja! Es kam gerade ein Windstoß! Käfter war gerade der übelste Möwensturm! Ja! Ein Windstoß war der! Ein Windsturm? Hallo! Nein! Hätte man da hoch springen müssen, oder was? Hallo! Wo seid ihr? Hallo! Ja! Hallo! Ja! Ja! Da bin ich wieder! Lol! Hauptsache! Wegen der Explosion! Wegen der Explosion habe ich nur 40 FPS! Na so was? Es geht nicht weg! Liegt es in dem Auto? Es liegt für mich auch nicht weg! Ich koche eine Granate, dann helft dir das! Warum? Ja, ich glaube wir müssen Deko mal helfen! Booth! Booth! Oh mein Gott! Das war sogar gar nicht so schlecht! Oh! Höhepunkt bekommen, Alter! Alter! Das war der Booth! Wer hat dir geholfen? Weißt du? FPS-Probleme gefixt? Easy! Fake mit dir! Die FPS-Probleme sind immer noch da! Egal! Nein, Deko sind sie nicht! Ich hoffe einfach, es leckt in der Aufnahme nicht! Ciao meine Freunde! Unsichtbare Felder! Oh mein Gott! Was geschieht hier? Was ist das? Schwarze Löcher! Bleue weg! Schneller! Schreuer! Los! Der Ruck ist zu groß! Schreuer! Nein! Der Ruck ist zu groß! Ey! Hallo! Schreuer! Schreuer! Neh mit euch! Los! Komme nicht rein! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Höhepunkt mit euch! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Deko! Ich werde gerammt! Ich ramm dich grad extra nicht! Oh fuck! Ich werde gerammt! Ich ramm dich grad extra nicht! Warte, Punkt, Alter! Weg! Hallo! Wow! Ey! So ein Marvin! Hallo! No! Ja! Stopp! Er hat mich rüber geboostet! Das war er! Der Sprung fürs Leben! Nein! Oh! Er musste ja voll aufschaffen! Schnell! No! Hey! Schieb dich! Schieb dich! Schieb dich! Schieb dich! Oh mein Gott! Jetzt kann er sich den ersten Platz versiehen! Hihi! Die ganze Zeit erster Platz gewesen! Oh! Die ganze Zeit erster Platz gewesen! Verdient! Ins! Ziehh! Nein! Das ist nicht das Ziel! Niemals! Richtig unverdient wäre das! Verdient! Im! Verdient ist der erste Platz den wir jemals hatten im GTA! Ja ok! Ja ok! Was reicht es eigentlich nicht! Der absolut unverdient ist! Ohhhh! Die Sprünge waren uns gelitten! Nein! Jetzt geht es noch weiter da hinten! Ja. Nein. Mach das schön langsam. Nein. Müssen Kifter wegtreten. Warte. Wie willst du ihn wegtreten? Er hat selber verkürzt. Nein. Schnell. 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 Fahre dich hier langsam, Deko. Junge. Nein. Du musst hier langsam fahren. Was tust du denn? Reißen dich sonst weg. Los, bist du Menschen. Tötet euch doch mal. Nein. Los. Das ist ein Skill. Ich habe leider... Los. Siehst du? Du musst hier übelst langsam fahren. Ich habe leider überhaupt keine Explosives mehr. Oh. Bin ich der einzige, der noch zugeschlagen kann? Oh. Wobei. Hallo. Nein. Nein. Das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Oh. Wo? Wo ist es? Ah, da war es. Hör mir auf. Hör mir auf. Hör mir auf. Hör mir auf. Das war so schwer. Das habe ich gerade so nur geschafft. Schnell weg. Hä? Ist das so schwer, ey? Ja, weil die Karten sind teilweise so dünn. Du musst halt so fahren wie jetzt. Wenn du schnell fährst, dann wird es schwierig. An einer Stelle musst du wirklich langsam fahren. Man könnte fast sagen... Hä? Loll! Loll, da ist einfach keine Materie. Da ist aber keine Materie! Ja, sag ich doch! Zum Glück war Marvin vor mir halt. Das ist das, was ich die ganze Zeit da geholt. Das ist so schwer. Oh mein Gott. Da habt ihr es! Da habt ihr es! So was ich gerade sagen wollte. Man könnte fast sagen... Passen Sie auf! Fahren Sie langsam! Genau das habe ich auch gesagt. Dann schaffen Sie es auf First Drive! So! Okay, das darf ich hier nicht nochmal vertreten. Ich habe das Gefühl, jemand wird hier als erster Platz... ...verdient Jonathan ins Ziel fahren! Beim zweiten Mal hatte ich hier keine Stelle ohne Materie. Hä? Was ist da los? Oh mein Gott! Hier war noch eine Annäherungsmine! Von damals! Von damals! Von vorhin! Ging kurz vorm Punkt und ihr habt mich fast erwischt! Oh, schade! Auf welche Seite muss ich? Und? Ich würde rechts gehen! Nein! Los! Hau euch doch weg! Ich glaube, Kev trollt mich. Okay, wenn du nicht Zweiter werden willst... Ich fahre jetzt auf jeden Fall ins Ziel! Der Puppe Puppe Puppe! Super Pro! Ey! Deko, hör auf! Ich habe hier wieder keine Ahnung. Hä? Digga, ich mache überhaupt nichts. Ich weiß nur nicht, welchen Weg wir nehmen sollen. Ich habe aber hier ein gutes Gefühl. Ich fahre jetzt einfach links. Ich habe keine Ahnung. Was sind Sie hier auf? Fahren Sie langsam! Kev hat gesagt rechts. Oh! Oh! Hehehehe! 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 Kleiner Schlawiner ist er! Kleiner Schlawiner! Hehehehe! Was? Hier ist noch ein fettes Labyrinth am Ende! Ja! Wobei... Der Labyrinthmeister muss es schnell lösen! Schnell, 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 schnell! Nach unten! Ja, Labyrinth! We are! We are on the way! 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 Vieles ist hier zugebaut Kann man da nicht durch? Was ist hier los? Loll ist auch zu! Ganz viele Stellen sind zu! Hä, wie kommt man da überhaupt rein, Alter? Ich glaub, Deko, du musst erst mal noch einen Punkt einsammeln Ja, genau Loll Loll, Junge Mami! Ich war doch schon so immun gegen die Scheiße Hallo! Ich rauche schon aus allen Enden Ich bring dich aus, bitte Mami Oh, da hat der Labyrinthmeister das Ziel gefunden! Wuhuuu! Nein! Und der Unfall ist im zweiten Platz! Eine Geschichte von GTA, Alter! Weiß ich! Du bist da falsch! Du bist da falsch, Deko! Deko! Schaff es auch noch im Saal! Ich hab die Sicht von oben hier gerade, ist ein richtiger Cheaterblick Hier Nein! Du musst jetzt... Du fahr' ich gerade meinen Spuren? Oh, ich fahr' meinen Spuren ab! Ja, das wär's falsch! Du bist komplett falsch! Ich dachte, ich kann irgendwen hinterherfahren, aber das war meine Spuren wie dir Mutti hat's los! NOOOOO! 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 Richtig geiler Treu-Pakur! Wurde mal wieder Zeit! Oder war mal wieder Zeit, dass wir ordentlich getreut haben! Bis dann reingau'n! BYE BYE!